GEMPLEXUS GEMPLEXUS Was? Oder was hast du grad gemeint? Krim City oder wie das heißt Krimstick oder so Ach, River City Ja Ah, jetzt geht das fast nie ab, ne? Weil es gibt GEMPLEXUS und River City River City ist diese Stadt GEMPLEXUS 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 So GEMPLEXUS GEMPLEXUS Ich glaube, das sehe ich schon Ja, ich sehe noch gar nichts Die Brücke aber nicht Die Brücke nicht Die Brücke nicht Nicht GEMPLEX Das ist nicht carpet Musik 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 Okay, doch. Okay, wo steht es denn? Ich suche dich gerade auch, ich sehe dich aber nicht auf der Seite. Ah, du bist bei E3. Ja, deswegen brauche ich gerade, wo du stehst. Ah, ich bewege mich jetzt Richtung D5. D5? Oder E5, besser gesagt. Ach so, komm ich da hin. Was? Ich habe schon einen Treffer kassiert. Ach, da hinten. Ah ja, die haben Nerven. Okay, wir gehen mal aus der Ecke hier raus. Ich komme jetzt zu dir. Oder wir treffen uns bei E4. Das sind alle. Ich bin gerade auf dem Weg. Da ich nicht wieder mit Vollspeed von Felsenlaufe. Jetzt habe ich nur noch 83%, was geht. Bin auf E4. Ja, ich auch. Ja, ich sehe dich. Bin jetzt gleich hinter dir. Ja, ich sehe dich. Bin jetzt gleich hinter dir. Ja. Oh. Oh, du solltest da weg. Ey, wie kriegt man das hin? Da geht in der Ecke, das ist auch ein Sack. Da geht es nicht mehr. Ja. Und, der ist sicher. Ja. 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 Oh, das war eine schlechte Runde für mich. Ich habe mich jetzt irgendwo hinter Steinen versteckt und dann beschieße ich die Seele. Oh, das war es. Oh, das war es. Oh, das war es. Ach, das war es. Oh, 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 das war's. Oh, das war es. Oh, da vorne so vollgestopft. Oh, das war es. Oh, lauf mir einfach hinterher. Wollen wir hin? Ja, laufen wir hinterher, dann kannst du nicht viel falsch machen, denke ich. So. Ich laufe aber nur mit 80% meiner Geschwindigkeit hinterher, ne? Ja, kein Problem. Da wo das Team hin will, da werden wir später sowieso ohnehin erst mal stehen bleiben. Eine lange Zeit. Alter, jetzt muss ich was ankommen. Hallo, er hat mich geboten. Ah, er hat mir geboten. Er hat sich neben dem. Wähler doppelt Disko. Oh Everybody commando We're on our way to you a 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 aus du lebst doch noch ja ja wer weiß wie lange also ich bin jetzt bei F6 ich hab auch noch gar nicht hin weil die mir diesen ganzen Durchgang dazu gestellt haben und dann lande hier wort's nämlich voll weil du schaust auf der Map-Karte und gehst drum herum H6 G7 dem ich das corporations arm das leben der Ja, die Route ist jetzt sehr gefährlich, die du gehst. Ja. Vielleicht keine Beine mehr, Mann. Ja, dann versuch über H6 und G7 und dann F7. Bin ich jetzt dabei. So einen kompletten Weg rückwärts. Trotzdem träg ich mal einen reingezimmert ohne Ende. Von H6 aus könntest du nach G7 zu uns kommen. Ich versuch's. Ja, die lassen ihre Assaults links liegen. Die haben ihre Assaults nicht geholfen, das war ihnen scheißegal. Ja, jetzt kann ich dir zuschauen. Oh ja, du musst erst das Ziel ins Target nehmen. Ja. 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 Schade. Ich glaub, du wirst ihn nicht treffen. Nein. Weil die... Weil die... Weil die... Weil die... Genau. Oh, den könntest du kriegen. Was? War noch so früh. Ja, bewegt sich halt. Oder das Ziel dahinter. Das kriegst du auch. Nochmal. Genau. Falsch? Ja. Den... Der bewegt sich nicht. Der ist weg. Ja, dann geh noch ein bisschen weiter vor. Da ist ja dein komplettes Team. Jetzt hast du ihn mit dem Target. Jetzt feuermal. Ja, noch ein bisschen mehr nach rechts gehen. So. Bei der Situation... So. Scheiße. Geht gar nicht mehr. Bei der Situation hättest du Folgendes machen können. Nach rechts gehen und dann einfach den Tausend drehen. Dann hättest du unter das Gebirge nicht geschossen. Ja, ich hätte meinen Arsch drehen müssen. Null Damage. Das ist gut, ne? Ja, das ist schon wirklich sehr gut. Talentiert. Immerhin Killassistens. Dass du das hinbekommen hast, ist echt... wow. Ne, wie ich das hinbekommen hab. Dreiviertel der Spüls muss in meinen Arsch retten, dass ich in den Hops geh. So, ich würd sagen... Forrest Colony. Auf jeden Fall. Und es wird fucking Solaris, ey. Ne. Ich hasse diese Map-Karte. Die ist total schlecht. Für uns Atelier... Also, die werden auf jeden Fall hier auf der Map-Karte... im Nahkamp. Kaka. Und dann fragen die mich, warum ich mir sowas anhöre, ja? Ja. Das liegt einfach daran, dass ich Leute wie dich kenne. Das ist komische Freunde, hörst. Ja, ne, die werden das schön auf mich schieben. Jemand, der Katja Krasavits sich anschaut. Na, na, natürlich. Ich bin auch ein übelster Fan davon. Hier ist doch Katja. Ja, Mann. Deswegen schaut man sich auch jede Folge an. Deswegen schaut man sich auch jede Folge an. Ah, nee. Äh. Wie? Wie war diese... Was? 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 Was war das? Ja, wir sind im gleichen Team. Jo, super, sauber. So, wen könnte ich jetzt hier rüber schieben? Hier, äh... Ah, nee. Ich schieb den hier mal weg. Und dann ziehe ich dich in meine Lanze rein. So, sauber. Du deinen Nippel! Say your frozen Nipples! Oh, that's a lot of unconnected. Yeah. Hm? Oh, man, du schaust dir Sachen an, oder... Keine Ahnung, was das ist. Du sollst kein RTL schauen. Ja, das ist mein Telefon. Ach so. Noch schlimmer. Ja, Mann. Dein Handy. RTL-Content heißt Größen. Ja, genau. RTL-Content auf dein Handy. Ich bin's erstig. Wir alle ficken. Wir müssen... Ich will... Ich frag erst gar nicht, was du auf dein Handy alles drauf hast. Ich frag erst mal, wo ich hinlaufe. Ja, lauf dahin, wo ich bin. Der zweite Stefan Raab. Gleich eins auf. Wo ist der Stefan Raab Konkurrenz machen? Alter! Das kann's doch nicht bringen. Ja, aber der, ne? Wir alle ficken. Wir alle ficken. Wir müssen... Oh, Mann. So, ich glaub jetzt mal los. Ja, das würd ich auch mal sagen. RCS nippelt. Ja. Ich komm schon gar nicht mit meinem Gedanken nach. Ja. RCS nippelt. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mich jetzt noch hier irgendwie findest? Äh... 5? Wie gesagt, kannst du Q gedrückt halten, dann weißt du wo ich bin. Ja, D6. Cool. Von hier aus kann ich schießen, ohne dass jemand mir auf den Sack geht. Das gefällt mir. Was ist denn hier der Turm Alpha? Ich könnte schwören, irgendwas hat mich getroffen, aber naja. Ja. 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 Ich geh zu Böde um raus, um in eine Haus-Ecke zu laufen. Deine Hanks. Ja, ich werd mich jetzt auch in Bewegung setzen. Aber... Schaut gut aus. Könnten wir hier gewinnen. Wir könnten aber auch deine LRM-Stärke... Na ja, du Alter, du bist bei D5. Ja, ich beweg mich auch so langsam nach D4 und... ...dann kannst du mitkommen. Na ja, den treffen wir uns da. Oh ja, das ist schon gewonnen. So gut wie. Aber ich geh jetzt trotzdem nach D4. Versuch noch ein bisschen zu helfen. Ich geh dann diese Straße nach oben. Oh ja. Da 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 da. Gesehen? Wie denn? Du bist hinter mir. Ja ja. Wollt an dir vorbeifließen. Die Leute sind alle steppig in front of a Kodiak. Schauten, be careful. Bushwhacker war auf Top, ich denke das ist was wir schauen, er war etwa E4 auf Top Mann, Alter, du verlassen, bis wir sind im Himmel nicht draußen Tja, keine Ahnung wo der andere Spieler ist Ist nur noch ein Spieler Auf der Mapkarte kommst du nicht wirklich so recht, kann das sein? Ja, ich auch Alleine von der Europäer Regierung, der ist sie zum Kotzen Für Neueinsteiger auf jeden Fall Ja, gewonnen Ja, weißt du, war der Panama? Ja, der hat ja ein Halbzeit Wir waren nämlich gerade mit zwei Leuten hier auf dem Weg zu denen ihr Ding hans Ja, der war wahrscheinlich AFK oder so, aber auf jeden Fall war er nicht im Siegel drin Eins Zwei Da ist dann dein Echo Lauf So, in der Zeit hole ich mir jetzt kurz nen Kakao Ne Arbeit Gehohle Birne Gehohle Birne Gehohle Birne Gehohle Birne Einfach Wir sind noch mal Das sieht aus wie ein Inkel Kackdumpf Das sieht aus wie ein Inkel Kackdumpf Wasserhanger. Nein, jetzt hast du eine Schnauze! Tobe! Du hast deinen Spaß, wa? Ja. Was war das? Definitiv. Definitiv. Nein. Das geht doch nicht! Sicken! Sicken! Das kannst du den ganzen Tag machen, wa? Nein. Scheiße. Ja, ha? Nee. Spooker. Spooker. Howdy howdy. Spooker. Hallo. Ich bin auch nicht mehr. Ein Teil zu schildern. Ein Teil zu schildern. Wir können das jetzt probieren. Das ist okay. Das ist gut. es ist es ist und 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 auch an oder ich bin im feindlichen Team ne? Ja, hab ich schon mitgekriegt. Gut. Das heißt, ich nehme dich ins Target, ne? Ja, wenn ich dich finde, dann schicke ich dir ein paar LRM-Raketen. Ich schicke dir ein paar LRM-Raketen. Zur Begrüßung. Ich bin nett, ne? Ja, ich schicke dir die zurück. Schauen wir mal. Irgendwas trefft die Leute doch. Das ist auch geil, Alter. Die Teams, die splitten sich ja einfach mal eben in drei Teile. Ja, das ist nicht gut. Das ist eine Katastrophe. Es kommt immer auf die Game Mode an. Also wenn es Conquest ist, dann ist es normal, aber sonst eher nicht so. Auf der Fronten. Ich werde das Licht aus von der Rear. Auf der Rear. 3-4-Hotel 7 I'll get you guys spot in a sec Okel 8 seems to have at least the lance and they seem to be heavy guys, heavy as an assault 3-4-Hotel But the lance of the little broccoli and they're hanging out You're talking about a problem And that's what's happening And your clothes 2-8-8-I-8-J7 corner Ich habe einen Schraub, ich habe einen Schraub. Acht, 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 Acht! Acht, 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 acht... So, right, that was a hacer for out here. Up with Alpha. Up with Alpha. Oh, da ihr euch aufgeteilt habt, hat doch einen taktischen Vorteil gehabt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, scheiße. So, wie schaut's bei dir aus, lebst du noch? Aber man schießt mir da voll in den Haas. Haha, und ich seh grad den Spieler, der dich ins Target genommen hat. Also krieg ich das jetzt von einem anderen. Oh, pass auf, da hat jemand dich ins Target genommen. Ja. Ja. Ja, na. Der ist auf deinen Arsch abgesehen. Irgendwas ist vor mir umgefallen, auf jeden Fall. Ach, sieh mal an, da bist du wieder. Oh, er hat's nicht geschafft. Ja, euer Team gewinnt, kein Wunder, dass sie es nicht schaffen, sich zu killen. Irgendeiner, komm. Einer muss den Luca killen. Nö. 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 Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Da rennt nur noch einer rum. Ich wollte ihn gerade anziehen. Tja. Kannst du mal sehen. Ja, mein Damage ist eigentlich sehr solide. Ist schon okay. Ach guck, 16 Zahnfall in Ursache. Dein Damage ist der richtige Diebkiller, Alter. Da muss man um eine Runde reden. Kann man nicht so stehen lassen, echt nicht. Aber im Wesentlichen, hat man nicht so stehen lassen. Im Wesentlichen. Die Worte sind alle.